Hallo Tennis Fans, hier ist Markus von All About Tennis. Einige meiner Viewer haben sich gewünscht, mich mal richtig spielen zu sehen. Deshalb habe ich nachgesehen, ob ich noch Aufnahmen von meiner Profizeit habe und konnte glücklicherweise eine Videokassette von einem Match gegen Leighton Hewitt finden. Es ist das Master Series Turnier in Hamburg am Roten Baum im Jahr 2003. Ich habe hier erstmal eine kurze Vorschau gemacht mit einigen guten Ballwechseln und ich werde euch noch ein längeres Video mit ca. 25 Minuten von diesem Match zeigen in den nächsten Wochen. Es war ein sehr knappes Match und den Ausgang könnt ihr dann beim nächsten längeren Video sehen. Viel Spaß beim Zuschauen. 3, 7, 5. 3, 7, 5. 3, 7, 5. 3, 7, 5. 3, 7, 5. 3, 7, 6, 5. 4, 7, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 15, 14, 15, 15, 15, 16, 16, 17, 16, 17, 16, 16, 17, 17, 19, 19, 20, 20, 20, 21. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. 30-30. 40-30. 50-30. 40-30. 61-30. 81-29. Vielen Dank.